Ich muss einen Ping von 18, von 6 oder so haben. Von 120. Guck mal, er geht hoch bis 80 fast. Das liegt nicht an meiner Internetleitung, by the way. Das Streamer, die habe ich auch... Das habe ich auch, wenn ich nicht streame, deswegen. Junge, kannst du dich mal wegbewegen? Ja, guck mal. Hast du gesehen? Er ist direkt von meiner Scheißfilter. Die Kugel fliegt um ihn rum. Sie schlägt hinter ihm in den Boden ein. Na, alles klar. Natürlich. Welche Wünsche, Spiel? Soll ich dir vielleicht noch ein bisschen den Schwanz lotschen? Okay. Ups. Setz er Sensor-Pfeil ein. Alles klar. Alles klar. Natürlich trifft das alles nicht. Natürlich. Weil plötzlich habe ich den ultrakrassen Bullet Drop und alles drin. Natürlich. Ach, Bruder. Wie geht man das auf den Sack? Na, komm. Aus der Distanz kickt er die in den Bauch rein, die Kugel. Alles klar. Er steht einfach noch. Alles klar. Ich meine, in Bülhav müssten seine Gedärme quer durch den Raum hängen, aber... Hey. Vor allem wird den Stacheldraht hier hingelegt. Das ist immer ultraheizend. Oh, wo sind die Gegner? Irgendwo. Na, komm. Wir können meine Schüsse nicht treffen. Na, endlich. Das war ein Headshot? Das war ein Headshot? Das wäre nie im Leben ein Headshot. Was für eine... Das ist einfach nur lächerlich. Komm, ich warte jetzt wieder auf den nächsten hier. Zack. Ich schalte hier mal einen Rücken frei. So. Er spielt runter. Kalt eh nicht. Wir haben den Vorteil verloren. So lächerlich. Vor allem, manchmal hast du einfach irgendwie gefühlt eine Blockade drin. Ich wollte mich noch weiter umdrehen, aber... Er ist tot. Das hat mich jetzt gewundert, dass der tot war. Oh. Der hat, dass ich die gekillt habe, hat mich sehr, sehr, sehr gewundert. Muss ich gestehen. Damit habe ich nicht mehr weitergegelescht. Ich bin immer noch so langsam. Wir liegen vor. Und selbst wenn, verlieren wir halt. Natürlich habe ich den nicht getroffen. Wie sollte es auch anders sein? Nein, ausgeschaltet. Alles klar. Noch irgendwelche Fragen? Ich habe keine mehr. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieses Sniper-Rumgenube geht mir total auf den Sack. Ich habe echt gar gut geschnullfen daran. Er schwebt einfach. Er schwebt einfach nur. Da hat der zweite Schuss nicht gesessen, hat das unglaublich. So, Klasse wechseln. Wir gehen wieder auf MPs. Ah nein, fuck. Klasse wechseln. So. Nein. So, jetzt. Danke. Schauen wir mal eine knackige MP hier. Sonst ist es ja keine MP mehr jetzt. Boah, wie ein Held, die Scheiße bei dem. Kletterhaken, ausgeschaltet. Oh, da bin ich in die Wand reingelaufen. Die habe ich nicht gesehen gehabt. Die habe ich auch nicht angezeigt. Guck mal. Die sehen wir nicht. Meistens siehst du die. Ja, der T-Shirt hat überlebt. Alles klar. Natürlich die G. Ach, da ist immer noch diese scheiß Wand. Oh Mann. Alter, er kämpft da und kämpft da und kämpft da. Wir haben die Führung verloren. Ja, ja, ja. So, die holen es wieder. Ich bin jetzt auch kein Battery mehr. Scheiß. So. Wow. Natürlich, weil ich schon wie ein Turnschuh... Oh Mann, ey. Ich glaube, ich werde mir das Menopulte reißen. Sackreiß. Natürlich. Ja, wie viel schluckst du? Boah, Junge, hätte der mich jetzt noch geholt. Ich wäre ausgerastet. Ich wäre so saltig geworden. Ja, hinter mir. Junge, Junge, Junge. Junge, du hast kein Leben mehr. Ah, okay. Ich wollte schon sagen... Was ist da hin? Hinter mir. Er hat zwei Stück damit getötet. Guck mal, ich bin am Ende von dem Gang. Das ist lachhaft. Könnte ich hier durch? Ich war hier in dem Raum noch nie drin, by the way. Erstes Mal. Ihr wart live dabei. So. Zweit hängen sie da. Sensor-Pfeil geht online. Ja, hat wieder... Man hat nicht leben. Wow. Das war der Killsieg unglaublich. Wow. Krass, Alter. Krasses Gameplay. Von mir nicht. Wow. Krass, Alter. Krass, das Gameplay. Wow. Das ist manchmal echt so rachhaft. So, gehen wir nach Tür lang. Siehst du? Ich bin auf dem Weg. Ja, keiner hier. Oh, fuck. Da war noch einer an der Seite, aber ich wollte ihn noch holen. Naja, zwei Kills haben wir schon mal. Ich geh mal da hier lang. Fall ich Magia-Bahne. Was war das? Junge. Wer ne Waffe. Der ist nicht getroffen. Ey, komm, lass das beteiligt sein. Ich einfach drei Leute weggeholt habe. Wäre nett. Natürlich. Ich war noch nicht voll geheilt. Ich war noch nicht voll geheilt. Dammit. Ja, warte denn jetzt. Wir haben einen Vorteil verloren. Wir gewinnen hier. Wir gewinnen hier. Natürlich. Das hat mich... Boah. Hä? Alles klar, ich habe sie nicht gesehen. Auch in dieser scheiß Hinterholung nicht wirklich. Komm, Riken, mach mal hier ein bisschen Aufklärung. Ich muss meine Gegner sehen können. Oh, ich habe mich nicht geil. Scheiße. Eps. Guck mal da, den Draht sehe ich jetzt zum Beispiel die ganze Zeit. Warum habe ich bei dem einen in der letzten Runde die scheiß Wand von dem nicht gesehen? Das wüsste ich jetzt gerne mal. Oh, 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 hinter mir. Oh. Danke. Die ist toast. Die ist toast. Ernsthaft? Was tobst du denn für schlechte Sprüche, Mädchen? Ja, Mann, das Kissen nervt. So. Weg damit. Wieviel haben wir? Zwölf erst. Da fehlt noch ein bisschen für die 20... Äh, für die 40, ne? Kriegsmaschine geladen und entsichert. Okay. Ich habe die Barrikade nicht kaputt gekriegt. In der Kriegsmascherie. Warum? How it works. Oh, der hat so wenig Leben gehabt. Oh. Na, Gott sei Dank, ey. Warte, ist schon wieder einer von hinten? Holy shit, Alter. Die kommen alle nur noch von hinten hier. Mann, 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 Mann. Oh. Ah, jetzt hält er eine Battery für mich. Ist okay. Oh, die war zu kurz. Fuck. Kann man mir noch schaden? Das wäre natürlich am besten. Danke. Ich bin noch teilweise so laut gefühlt. Da muss ich noch hier rein schauen. Da ist keiner. Okay, da oben. Ja, wie er mir gegeben hat. Hallo. Nicht campen. Ah, ich wollte auch nachladen. Fuck. Ah. Na gut, egal. Was spielen wir? 18, 9? 18, 9. Ah, wir werden jetzt mit 20 Kills. Ich wollte den Kass surrounden, dann. Hat noch leider nicht geklappt. Ah, du mit deinem scheiß MP und mit deinem zweiten Mate. Mann. Lade, wollte ich schon sagen. Los, Spawner. Ich würde gerne mal einen Gegner sehen. By the way. Ja. Werfe Clustergranate. Komm schon. Ja, da hat einer einen Schaden bekommen. Ja. Oh, da will einer was von mir. Na, natürlich campt ihr da die ganze Zeit in der Ecke. Guckt euch diese... Ey, nee. Ey, nee. Nee, nee, nee. Und wie sie laggen. Ey, hat sie sich mal mitbekommen, ob ich ihn beschossen habe oder was? Ich wollte schon sagen. Einen Deckel? Gib mir einen Deckel. In Form von einer Nuke. Bitte, Kappa. Äh. Und das ist so eine scheiß Stolperfalle. Mann. Wegen der Noob scheiß wieder gestorben. 21, 12. Na, da müssen nur drei Kills, ja. Ich kriege es eine 2er KD ab. Wahrscheinlich wird da draus jetzt nichts mehr. Oh, da ist noch einer. Bleib doch nach, Mädchen. Uh. Das ist noch so ein scheiß Skitter hinter mir. Tötet ihn. Warum heile ich mich nicht? Warum läuft der Hund weg? Läuft der zu seinem Herrscher? Oh, Sieg. Nice. War das so? Läuft der Hund zu seinem Herrscher immer? Weil der hätte mich ja eigentlich jetzt auch töten können, der Hund. Und, und, bin ich das? Das bin ich! Der hat das Play gemacht hier. Einer, zwei und danach den dritten. Der hätte ich doch den vierten eigentlich holen können. Wenn der da nicht gewesen wäre. So läuft das. So muss das sein. Gutes Gameplay setzt sich durch. Ja. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.